Das Europäische Solidaritätskorps, kurz ESK, ist Projektplattform der EU, die jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren ermöglicht, an europaweiten Projekten teilzunehmen, die ihr Angesignis und ihre Solidarität fördern. Man kann dabei als Einzelperson oder freiwilligenteam eine Organisation unterstützen, die sich aktiv für die lokale Gemeinschaft einsetzt. Ein Vollzeitaustausch kann zwischen zwei und zwölf Monate lang sein und erlaubt jungen Menschen einen bedeutungsvollen Beitrag für ganz Europa zu leisten, sich selbst zu entwickeln und wichtige Lebenserfahrungen zu sammeln. Im Europäischen Solidaritätskorps legen wir besonders großen Wert auf Zusammenarbeit, Integration, Klimawandel und die Gleichstellung der Geschlechter. Um dich für ein Projekt anzumelden, kannst du dich telefonisch oder per E-Mail beim AHA Tipps und Infos für junge Leute melden. Diese werden dich Schritt für Schritt durch den Antragsprozess begleiten und alle deine Fragen klären. Europäische Solidaritätskorps – Deine lebensverändernde Erfahrung beginnt hier!